Hallo, in diesem Video zeige ich, wie man eine Gleichung mit einer erweiterten E-Funktion von dieser Art lösen kann. Ich werde folgendes Verfahren vorstellen. Zuerst zeige ich den Satz vom Nullprodukt, dann zeige ich ein grafisches Verfahren. Wir lernen die Solv-Funktion des Taschenrechners kennen, das Newton'sche Nährungsverfahren und die Lambert'sche W-Funktion. Viel Spaß, es geht los! Im Mathe-Abitur der letzten Jahre kam sehr häufig eine erweiterte E-Funktion von dieser Art dran, an der eine Kurvendiskussion durchzuführen war. Zum Beispiel, hier haben wir eine Käferpopulation und die Anzahl der Käfer wird als Funktion der Zeit in Jahren beschrieben. Es sollte berechnet werden, wann die Anzahl der Käfer am größten ist. Hier ist klar, da ist ein Hochpunkt zu berechnen, das heißt, wir müssen die erste Ableitung dieser Funktion gleich Null setzen. Wir leiten diese Funktion mit Hilfe der Produktregel und der Kettenregel ab und bekommen als erste Ableitung diese erweiterte E-Funktion. Wir sehen, beide Funktionen sind vom gleichen Typ. Wir haben hier vorne ein Polynom von x, hier ein lineares Polynom, multipliziert mit einer E-Funktion. Das nennt man eine erweiterte E-Funktion. Nun wollen wir zum Berechnen des Hochpunkts diese erste Ableitung gleich Null setzen. Wenn wir auf der rechten Seite der Gleichung eine Null stehen haben, empfiehlt es sich hier immer mit dem Satz vom Nullprodukt zu arbeiten, der besagt, ein Produkt ist dann Null, wenn entweder der erste Faktor Null ist, also diese Klammer, oder der zweite Faktor, diese E-Funktion. Die erste Klammer, die ist Null bei dieser Gleichung, das heißt x1 gleich 8. Dann wäre x1 gleich 8, sehen wir hier, die erste Lösung dieser Gleichung. Wann ist der zweite Faktor gleich Null? Naja, die E-Funktion kann nie Null werden. Die E-Funktion hat grundsätzlich keine Nullstellen. Also ist x1 gleich 8 die einzige Lösung dieser Gleichung. Berechnen wir noch die y-Koordinate dieses Hochpunkts. Dazu setzen wir diese Lösung in die Ausgangsgleichung ein und bekommen 118. Also unser Hochpunkt liegt bei 8, Stab 118. Und die Antwort lautet, nach 8 Jahren ist die Population mit 118 Käfern am größten. In dieser Aufgabe waren noch weitere Eigenschaften dieser Kurve zu berechnen, zum Beispiel den Wendepunkt. Aber erstaunlicherweise fehlte eine naheliegende Frage, wann die Anzahl der Käfer einen bestimmten Wert, zum Beispiel 50 Exemplare, erreicht. Warum fehlt diese Frage? Ja, für diese Situation wäre nämlich folgende Gleichung zu lösen. Wir haben hier unsere Funktion, die soll gleich 50 sein. Und hier können wir nun keinen Satz vom Nullbutton mehr anwenden. Wir brauchen etwas anderes. Ihr könnt gerne mal versuchen, diese Gleichung nach x aufzulösen. Ich bin gespannt auf eure Ideen. Ihr könnt sie mir gerne in die Kommentare schreiben. Aber ich verrate euch gleich, diese Gleichung lässt sich nicht durch Umstellen und auch nicht mit dem ln nach x auflösen. Obwohl es hier ganz klar Lösungen gibt, wissen wir nicht, wie wir an diese Lösungen herankommen. Leider gibt es also durch Umformung hier keine Möglichkeit, das x herauszubekommen. Aber ich zeige euch, welche Lösungsverfahren es dennoch gibt. Zuerst die grafische Lösung. Wir zeichnen uns die Funktion auf und der Wert k auf der rechten Seite der Gleichung können wir durch eine waagrechte Linie bei y gleich k veranschaulichen. Wir sehen sofort, wenn das k größer als der Hochpunkt, also über 118 liegt, dann hat unsere Gleichung gar keine Lösung, weil es keinen Schnittpunkt gibt. Für k gleich 118 gibt es genau eine Lösung. Das ist nämlich unser Hochpunkt bei x1 gleich 8. Gehen wir mit dem k noch weiter runter, gibt es plötzlich zwei Lösungen. Gehen wir noch weiter runter bis k gleich 0, dann gibt es wieder nur eine Lösung, nämlich die Lösung bei x gleich minus 2. Die würden wir hier mit dem Satz vom Nullprodukt bekommen, wenn hier nämlich rechts eine 0 steht, bis man nur schauen, wann ist diese Klammer 0. Das ist bei x gleich minus 2 der Fall. Und unser rechter Schnittpunkt, den gibt es nicht mehr. Der ist ins Unendliche hier weggelaufen, denn die E-Funktion kann ja niemals 0 werden, wie wir schon gesehen haben. Nun wüssten wir gerne für unseren Spezialfall k gleich 50 die Lösung. Wir legen also hier unsere waagrechte Linie hin. Wir sehen einen Schnittpunkt bei x gleich 0. Der ist selbstverständlich, weil das genau der Startwert unserer Käferpopulation ist. Das sieht man, wenn man hier für x 0 einsetzt. Dann steht hier 0 plus 50 gibt 50. Die E-Funktion e hoch 0 gibt 1, also haben wir hier eine 50. x1 gleich 0 ist unsere erste Lösung. Die zweite Lösung ist allerdings keineswegs offensichtlich. Hier kann man zeichnerisch nur ungefähr den Wert 26 ablesen. Also nach 26 Jahren müsste unsere Käferpopulation wieder bei 50 ungefähr angekommen sein. Da dieses Verfahren relativ ungenau ist, versuchen wir ein zweites, nämlich unser Taschenrechner, der Casio, verfügt über eine Solv-Funktion. Solv heißt, dass man damit Gleichungen lösen kann. Das funktioniert folgendermaßen. Wir geben unsere Gleichung, also unsere Funktion, wie gewohnt in den Taschenrechner ein, drücken jetzt aber nicht auf dieses Gleichheitszeichen hier, sondern auf dieses Gleichheitszeichen hier oben, was sich hinter der Kalk-Taste verbirgt, also Alpha Kalk, bekommen dieses Gleichungszeichen und geben die rechte Seite 50 ein. Als nächstes drücken wir auf Shift Solve. Dabei fragt er uns nach einem Startwert. Das heißt, wir geben ihm hier irgendeine beliebige Zahl für x ein. Mit dieser Zahl beginnt er auszuprobieren, ob diese Zahl diese Gleichung löst. Wenn nicht, versucht er ein etwas danebenliegenden Wert und versucht somit schrittweise der richtigen Nährung näher zu kommen. Mit ist gleich rechnet er los und nach einer kleinen Zeit bekommen wir hier das Ergebnis. 26,604 ungefähr. Das ist die erste Lösung. Diese Anzeige hier, L minus R gleich 0, das gibt an die linke und die rechte Intervallgrenze, in dem sein abgeschätztes Ergebnis liegt. Wenn hier eine Intervallbreit von 0 herauskommt, bedeutet das, dass dieses Ergebnis genau getroffen wurde, auf 11 Stellen genau. Nun haben wir ja grafisch gesehen, dass es noch eine zweite Lösung gibt. Wir geben ihm einen anderen Startwert ein, zum Beispiel x gleich 5, der etwas niedriger liegt. Wenn wir damit rechnen lassen, kommt er auf die zweite Lösung, x gleich 0. Also haben wir beide Lösungen ziemlich genau getroffen und welche davon uns der Taschenrechner ausgibt, das hängt davon ab, welchen Startwert wir eingegeben haben und er bestimmt dann sozusagen die nächstliegende Lösung. Als drittes sehen wir uns das Newton-Verfahren an. Das newtonsche Näherungsverfahren liefert für die Gleichung f von x gleich k eine Näherungslösung. Und das funktioniert so, dass man einen Startwert x0 in folgende Formel eingibt. Hier für xn geben wir den Startwert ein. Hier oben steht die Funktion, also unsere erweiterte e-Funktion, geben hier den Startwert ein. Hier unten steht die Ableitung unserer Funktion, die wir ja schon kennen und hier das k von der rechten Seite. Daraus kommt ein neuer Wert heraus und im nächsten Schritt nehmen wir diesen neuen Wert, setzen ihn wieder hier überall rein und bekommen einen weiteren Wert und so fort. Also wir haben ja unsere erweiterte e-Funktion, das ist das f von x für hier. Dann brauchen wir noch die erste Ableitung, die wie bekannt so aussieht. Und wir haben noch das k, das wir gleich 50 setzen. Nun nehmen wir alle Werte, setzen sie hier ein mit dem Startwert x gleich 10 beispielsweise und bekommen einen neuen Wert 42,8. Dann nehmen wir diesen Wert, setzen ihn wieder in die obige Formel ein, bekommen einen neuen Wert 14,12 und so weiter und so weiter. Und wenn alles gut geht, konvergiert dieser Wert gegen einen Grenzwert. Das heißt, wir kommen immer dichter an die wahre Lösung heran und ab einem Wert von 26,604 ungefähr verändert sich das Ergebnis nicht mehr. Dann ist das unsere erste Lösung. Unsere zweite Lösung bekommen wir, indem wir einen anderen Startwert wählen, wie vorhin auch beim Taschenrechner. Mit einem Startwert von 5 geht die Reihe gegen einen anderen Grenzwert, der hier ziemlich genau bei 0 liegt. Und haben so unsere beiden Lösungen gefunden, 26,604 und 0. So, ein viertes Verfahren und das finde ich jetzt das Allerschickste, weil man damit eigentlich wirklich eine Gleichung auflösen kann, so wie wir es uns eigentlich gewünscht hätten. Dafür braucht man aber eine ziemlich spezielle Funktion, die sogenannte Lambert'sche W-Funktion. Und Achtung, das ist jetzt was ganz Tolles. Sieht so aus. Wir nehmen mal die einfachste erweiterte E-Funktion, die man sich vorstellen kann, x mal e hoch x. Der Graph davon sieht so aus. Nun spiegeln wir diese Funktion an der Winkelhalbierenden und ihr wisst, dass man damit die Umkehrfunktion zu dieser Funktion bekommt. Diese Funktion hier spiegelt sie dann so aus. Und das nennt man die Lambert'sche W-Funktion. Die hat folgende Eigenschaft. W angewandt auf x mal e hoch x ergibt uns wieder das x. Das ist ja die Eigenschaft einer Umkehrfunktion. So wie man aus einem Quadrat durch Wurzel ziehen das x wieder zurückbekommt, liefert uns die Lambert'sche W-Funktion aus diesem Ergebnis wieder das x zurück. So sieht sie aus. Die Funktion hat nur einen kleinen Schönheitsfehler. Es ist keine wirkliche Funktion, sondern wir sehen, dass sie hier in diesem Bereich zweideutig ist. Es gibt immer zwei y-Werte zu einem x-Wert, was ja bei einer Funktion gar nicht sein darf. Nun, da macht man den üblichen Trick, genau wie bei der Wurzelfunktion, man teilt sie in zwei Bereiche auf. In einem Bereich W0 für den positiven Teil und in einem Bereich W1 für hier unten. Dann ist jeder Teil für sich wieder eindeutig. So, jetzt fragt ihr euch natürlich, wie berechne ich diese Lambert'sche W-Funktion. Unser Taschenrechner kann das leider nicht, aber es gibt einen Online-Rechner auf Wolfram Alpha, mit dem ihr diese Werte ausrechnen könnt. Und mit dieser W-Funktion können wir unsere Gleichung lösen. Folgendermaßen. Wir müssen zuerst dafür sorgen, dass der Faktor vor der e-Funktion und dem Exponent gleich aussieht. Denn unsere W-Funktion ist ja so definiert, dass irgendwas mal e hoch irgendwas, das irgendwas ergibt, also muss der Vorfaktor und der Exponent gleich aussehen. So, wie kriegen wir das hier hin? Als erstes wollen wir erreichen, dass der Vorfaktor vor dem x genauso aussieht, wie der im Exponent. Und das erreicht man, indem man durch minus 250 teilt. Dann haben wir nämlich hier minus 0,1x. Die 50 muss natürlich auch geteilt werden. E-Funktion bleibt. Und die rechte Seite muss geteilt werden, die minus 0,2. Im nächsten Schritt müssen wir erreichen, dass der Exponent in der e-Funktion genauso aussieht, wie dieser Vorfaktor. Wir sehen, was hier oben noch fehlt, ist eine minus 0,2. Das bekommen wir hin, indem wir diese Gleichung auf beiden Seiten mal e hoch minus 0,2 nehmen. Wenn wir diese e-Funktion mit dieser multiplizieren, können wir ja nach den Potenzregeln diese minus 0,2 mit in den Exponent schreiben. Zur Erinnerung an das erste Potenzgesetz, zwei Potenzen werden multipliziert, indem man die Exponenten addiert. Auf der rechten Seite müssen wir natürlich auch mit der e-Funktion multiplizieren. Und nur um die Schreibweise etwas zu vereinfachen, rechne ich diesen Wert gleich aus. So, jetzt haben wir es geschafft, dass hier dieser Vorfaktor und der Exponent gleich aussieht. Jetzt kann ich die Umkehrfunktion davon verwenden. Also ich nehme auf beiden Seiten der Gleichung die W-Funktion. Da passiert folgendes. Hier wird nur das Argument, also minus 0,1x minus 0,2 übrig bleiben. Und auf der rechten Seite haben wir eben W von minus 0,1637. Ihr kennt das so, als würde man hier den Logarithmus auf beiden Seiten anwenden. Da passiert ja ähnliches. Jetzt brauchen wir nur noch diese einfache Gleichung nach X aufzulösen. und haben X gleich minus 10 mal W von minus 0,1637 minus 2. So, die W-Funktion können wir jetzt mit dem Online-Rechner ausrechnen. Für den Zweig W0 bekommen wir als Lösung minus 0,2. Hier eingesetzt minus 10 mal minus 0,2 gibt 2, minus 2 gibt 0. Das ist unsere erste Lösung. Und aus dem zweiten Zweig minus 2,86 hier eingesetzt, bekommen wir die Lösung 26,604. Wie bekannt. Hurra! Das ist jetzt die exakte Lösung unserer Gleichung. Alles klar? Na dann, tschüss!